Musik Die Salzburger Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen bekommen jedes Jahr viele leere Worte, aber leider kein Geld von der Politik nachgeworfen. Obwohl Kindergärten schon zumachen müssen, weil einfach kein Personal mehr da ist, sei für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen halt einfach kein Geld da. Doch vor den Landtagswahlen zeigt sich nun plötzlich, dass es an finanziellen Mitteln gar nicht mal mangeln würde. Jetzt im So-Wochen-Kommentar. So, dein Wochen-Kommentar für Salzburg. Heute mit Tanja Greidenhuber. Es ist der ewig gleiche Kindergarten. Ja, die Betreuung und Bildung unserer Kinder ist uns wichtig, aber Geld reinstecken, damit sie auch passieren kann, Fehlanzeige. Dazu gibt es vom Salzburger Landtag nämlich immer nur Lippenbekenntnisse. Das Geld, um wirklich etwas zu tun und zu verändern, sei schlicht nicht da, heißt es. Wegen der schlechten Arbeitsbedingungen verlässt immer mehr Fachpersonal die Branche. Eltern werden sobald keine Möglichkeit mehr haben, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen. Der hat dann nämlich einfach zugemacht, weil es kein Personal mehr gibt. Bei einigen Kindergärten in Salzburg ist das bereits passiert. Die Berufsgruppenvertretung der Elementarpädagogik schreit laut auf und fordert. Mehr Wertschätzung seitens der Politik in Form von mehr Geld. Während für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen kein Geld da ist, konnten nun im Landtag ein paar Wochen vor der Wahl plötzlich 13 Millionen Euro für die Idee des Gratiskindergartens aus dem Hut des Landesbudgets gezaubert werden. Wenn das anscheinend so einfach geht, wo ist dann das Geld, das die Pädagoginnen und Pädagogen für bessere Arbeitsbedingungen schon so lange brauchen? Pädagoginnen und Pädagogen erfüllen in den entscheidenden Entwicklungsjahren der Kinder nicht nur einen Betreuungs-, sondern auch einen klaren Bildungsauftrag für Österreichs Bevölkerung. Stimmen da die Rahmenbedingungen, die Arbeitsverhältnisse nicht, leidet die Qualität dieser Aufgaben massiv und alle Beteiligten tragen die Folgen. Pädagoginnen und Pädagogen sind überfordert, Eltern gehen die Betreuungsmöglichkeiten aus und die Kinder werden nicht optimal auf ihren weiteren Lebensweg vorbereitet. Da hilft auch kein Gratiskindergarten, wenn es am Personal fehlt, das darin arbeitet. Was es also konkret braucht, sind endlich die Rahmenbedingungen, die Qualitätspädagogik ermöglicht, sprich mehr Vorbereitungszeit für die Pädagogen und Pädagoginnen, ein kleinerer Pädagoge-Pädagogin-Kind-Schlüssel, mehr Personal und natürlich mehr Gehalt. Die Sicherung der Betreuung sowie die Gesundheit und Bildung der Kinder sollten für die Landesregierung doch wohl Grund genug sein, um den Geldhahn hier endlich mal ordentlich aufzudrehen.